Moin moin YouTube, herzlich willkommen zu einem Video nach einer kurzen Arzidenenz. Ich entschuldige mich erstmal dafür und kann euch auch gleich mal erklären, warum ich denn so eine Weile keine Videos gemacht habe und das Ganze so in... naja, effektiv sagen wir mal anderthalb bis zwei Wochen. Das liegt einfach daran, dass ich gerade privat ein bisschen sehr viel Stress habe. Und es tut mir sehr leid, dass es so ist, aber es ist eben so. Und ich werde jetzt versuchen, mehr Videos hochzuladen, kann es euch nicht versprechen. Aber ich gebe halt mein Bestes. Und ja, dafür erstmal ein großes Sorry. Und dazu kommen alle möglichen Faktoren, wie... Einfach nur Stress mit meiner Familie, dann kommt meine Freundin dazu und... Ja, einfach alles so ein bisschen, ne? Und ja, tut mir eben, wie gesagt, leid. Ich würde mir auf jeden Fall, wenn der WOT Patch online kommt, dazu auf jeden Fall ein paar Videos machen und dazu ein bisschen mehr spielen, vor allem für euch auch vielleicht ein bisschen streamen. Mal gucken, auf Stream hätte ich allgemein ziemlich Bock. Ähm, außerdem mache ich natürlich Mal Graph Pixelmon weiter, das nehme ich auch heute Abend noch auf. Ah, ich hab die Folge nicht umbenannt. Kann man jetzt noch machen. Wenn einem das so auffällt, kann man ja wenigstens mal da ein bisschen drinnen arbeiten, ne? Kommt davon, wenn ich immer alles Copy-Paste. So. Ja, ähm, außerdem Play on the Battleground, vielleicht mache ich das auch noch ein bisschen mehr. Ich schenke ihr ja ganz gut angekommen zu sein. Ich mag das Spiel persönlich auch ziemlich gerne und spiele es auch im Moment absolut am meisten. Ja, und ansonsten lasst ihr doch mal eure Meinung da, was ich, ähm, was ich so weiterspielen soll, über was ich Videos machen soll, wie ihr möchtet. Sagt es mich wissen und ich werde es tun. Gut. Und ich muss jetzt los und dafür sorgen, dass meine Pferde geimpft werden. Cool, ne? Alles klar. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Resttag, bis zum nächsten Mal und bis dann. Ciao. 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 Ciao.